Ab morgen zeigt das Aussicht-Festival-Theater und Tanz von Künstlern mit und ohne Behinderung. Kompanien aus fünf Ländern sind vier Tage lang im Monsun-Theater in Altona zu sehen. Unser Kulturtipp. Tanz unter Schmerzen. Achilles musste seine Karriere nach der Diagnose Multiple Sklerose überdenken. Nun verarbeitet er seine Geschichte in dem Stück The Pain, The Pursuit. Das Aussicht-Festival zeigt zum dritten Mal Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderung nicht als soziales Projekt, sondern in Form von Kunst. Die Stücke hinterfragen Schönheitsideale, Körpersprache und Sehgewohnheiten. Bis Sonnabend zeigen die Künstler ihre Lebenswelt auf der Bühne beim Aussicht-Festival im Monsun-Theater.